Genau, immer schön ballern auf die Viecher. Boah! Okay. Müssen wir aufpassen, Alter. Der eine lenkt ab und der andere schmeißt. Oh, schon wieder! Wo denn? Wo ist denn der andere? Da ist er. Alter. Solange beide unten sind, ist gut. Eigentlich eher schlecht, aber solange schmeißt er sich feige nicht mit Riemensteinen. Wie erinnert mich dieser Kampf hier schon wieder? Oh, alles an Teil 1, Alter. Das klappt besser, das geskriptet hier. Also nur der Assi Bernd. Wie denkt sich denn so ein Kampf aus? Vor allem gegen so ein Vieh, Alter. Das ist überhaupt nicht total... ...unverwundbar ist. Hier, ein Tritt in die Fresse, tut auch mal gut. Ein bisschen Zärtlichkeit. Das ist das Netteste, was sie in all die Jahre hier erlebt haben, diese Typen. Geh los, Alter. Gebt mir mal hier die Typen 40, Alter. Ich will nicht mit dir kuscheln. Ich weiß, 40, 70 Jahre Einsamkeit kann einen Typen schon mal dazu bringen, ein bisschen kuscheln zu wollen. Aber jetzt wird's... Oh, lächerlich. Schöne Kameraführung, gefällt mir. Ja, sehr gut. Alter. Was für ein Bosskampf, Alter. Der muss aber langsam tot sein. Und ich hab noch einen zweiten, Alter. Wow. Okay, okay, okay. Das klappt, das klappt, das klappt. Alter, was ist denn nur los mit denen? Mach ich mir was falsch? Oder muss ich einfach nur wie ein Bescheurer draufhalten? So, so ein hässlicher Kumpel schmeißt gleich wieder mit Stein um sich. Oh, wie viel hält denn der aus? Soll ich das Ding denn noch verbarmungslos töten? Kannst du mir das mal jemand erzählen? Wenn ich hier schon so viel Muniz habe... Wow. In das Viehreinstecke, Alter. Ich glaub, ich mach was falsch. Ich muss definitiv irgendwas falsch machen. So, letztes Magazin. Jetzt wird's lustig. Jetzt ist es geskriptet. Ich geskriptet das. Hier ist die ganze Munition aufbrauchen müssen. Wow. Oder auch nicht. Alter. Wow. Ja, cool, wenn du meine. Und hat das Spiel vielleicht irgendwie eine Macke gerade? Kann auch sein, Alter. Das ist irgendwie hängen geblieben ist. Und jetzt unendliche... Äh... Unsterbliche Gegner... Wow! ...gespawnt hat. Alter. Mann, was ein Endkampf. Und wer weiß, ob das überhaupt der Endkampf ist, Alter. Ich glaub nämlich eher nicht. So, der MP14 ist cool, Alter. Direkt aus der Hüfte, Alter. Genauer als jedes Maschinenwehr in diesem Spiel. Oh, Mann, Alter. Wie viel Helm... Ja. Wow. Ich muss hier mal ein bisschen rumlaufen. Ich muss mal gucken. Hier muss es irgendwas geben, was ich übersehe. Hallo. Der verfolgt mich. Das ist gut. Ach, ja. Schauen wir uns mal ein bisschen um. So, da ist der. Der ist... Will da... Kann ich hier rüber? Na toll. Alles gescripteter Quatsch hier. Ja, wir kuscheln nachher. Okay. Okay, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wegen mir selber einen Fuß schießt, Alter. Ich krieg' ich, Alter. Und tschüss. Oh je. Hätten sie noch mal ein bisschen neu... Alles klar. Oh nein. Tenzin! Wer ist das? Gott sei Dank. Oh, Nate. Was ist los? Es ist Lazariewicz. Er hat uns gefunden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schäfer hat sie. Kade. Mon Schäfer, Yamduduk. Schäfer. Sie haben den anderen Weg genommen. Nate. Das ist unsere Schuld. Wir waren das. Bleib du hier. Kümmere dich um sie. Na los. Kapitel 19. Belagerung. Wir haben eine Armbrust. Die mal sehr stark ist. Und sehr langsam. Okay. Du bist noch, Kap. Nein, du bist noch, hey. Geh da! Okay, wie sind die jetzt so schnell wieder zurückgekommen? Ist ja eine andere Frage. Ja, komm schon. Das geht doch hier gut. Bleiben besser. Ja. Können wir schnell mit dem Kopf rausgucken? Und das geht gut, Alter. So ein bisschen blaue Bohnen, Alter. Das ist eine gute Ernährung. Da kommt wieder Johnny-Action, Alter. Wer ist denn eingeladen, Alter? So, jetzt hat der mal eine schwarze Fresse, Alter. Wo, wo, wie, was? Ich geh grad in Kanate, da. So, haben wir. Ach, nur den Helm erwischt. Aber egal, haben wir. Huh, wer schießt hier? Ach so, ihr macht hier einen auf Terror. Okay, aber das kann den, Alter. Wow! Wirklich, wenn ich hier was kann, denn das, Alter. Hey, wieder eine Trophäe. So, langsam wird so. Viel AK-Munition. Okay, dann nehmen wir mal AK mit. Ich will schon so viel Munition geschenkt bekommen. Oh, nein. Nein. Ich hoffe, er ist nur Kohl geschlagen. Macht sie fertig, Jungs. Lebst du noch? Na, der ist ausgenockt. Nein! Sie haben ihn tötet getroffen. Die sterben hier alle wie die Fliegen, Alter. Das ist nicht gut, Alter. Die armen Leute. Boah, wie hat... Ja, klar. Warum haben so welche... Also, sagen wir mal so, warum haben diese Typen immer einen Kaliber 50 dabei und war... Oder warum haben denn hier irgendwelche komischen Nepalesen, oder wie die heißen, ein Kaliber 50 bei sich in der Basis stehen, Alter. Und das ist das... ding... Oh,check das? Ok. So. Eine Erreizung. Oh Wunder, oh Wunder, er hat uns mal nicht getroffen. Was ist denn jetzt los, Alter? Das Spiel ist ein Bug, Alter. Ich bin da hin. Keule, wenn du mich da nicht gleich hinlässt, Alter, dann gibt's Ärger. Ich hab dir gesagt, Alter, hau da ab, Alter. Haha, Surprise, Motherfucker. Jetzt bin ich dran, Alter. Lass mich da... Ich will nur keine Granate schmeißen, das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache hier. Ja, der Computer kann da durchschießen, das ist gut. Nein, Alter, ich krieg'n... Ich krieg'n Abraster, Alter. Dieses Missspiel. Kein Checkpoint. Echt jetzt? Durch die Mauer, habt ihr gesehen? Da sind sogar noch Steine geflogen. Durch die Mauer hat mich die Sau bescht, Alter. Ach ja, dann machen wir das Ganze nochmal. Wir haben's ja schon einmal geschafft, warum sollten wir's nicht nochmal schaffen, ich, wa? Das machen wir ja so gern, wie wir holen uns ja hier immer und immer wieder. Man hat ja sonst nichts zu tun hier. So, jetzt aber hier. Tschüss. Nein! Wo kommst du her? Wo kommt ihr her? Oh! Entdeckung! So, kurz verschlaufen und dann, äh, schnapp' ich mir die Kaliber 50. Rot ab. Geh' mir jetzt mal auf, Alter, ihr Sacknasen, Alter. Könnt' aber sehen, was er kriegt, Alter. Gar nichts, Alter. Könnt' man hier auch einen Zug machen, denn seh' da, was er kriegt, Alter. So. Google's auch noch? Okay. Zillus. Wer, wo, was? Da. Alter, das ist ein Kaliber 50. Wir halten das aus, Alter, als wenn ich hier mit... Leer? Leer? Genau das, was ich nicht mehr will. Keule, lass mich da weg, Alter. So, den haben wir. Da ist er. Da ist er. So, wir spawnen die da schon wieder? Da ist er los. Jetzt stirbt. So, hoffen wir mal, dass es das war und dass uns nicht einer jetzt... ...hinten ins Genick springt schon wieder. Ey, krieg dich, mein Lieber. Niemand haut hier meinen kleinen Nepalesen aufs Maul, Alter. So. Gebiet befriedigt, würde ich mal sagen. So, wir gehen nur mal schnell. Das ist der Kass, der Kass. Das haben wir hier oben. Kein Sammlerobjekt. Oh gut, kein Problem. Ja, ja, ja. Da kommen welche, ich weiß. Solange hier kein Folgepanzer da um die Ecke kommt, kann ich alle... Alter. Hier, friss. Kriegste. Kommt von Herzen. Erwischt. Ha-ha. Oh, noch mal mehr. Oh nein, da kommt der Dicke wieder, Alter. Ich hab nix. Ich hab nix. Granate. Nein. Nein. Ja, okay, die Deckung da ist relativ bescheiden. Also, schau hier hin. Oh, Mann, Alter. Vor allem, warum ist der Pumpgun-Bernd jetzt schon so früh da? Wo ist der Pumpgun-Bernd? Schau hier hin. fronts Punkt- yas Kerr! ist 용er, coin 달 debt Maskaris! Untertitelung des ZDF, 2020